Erzähl mir was. Komm clean, Toad. I know you're lying, Toad. Toad? I know you're lying about the blood. What do you mean? I'm not lying. I cut myself on the poker thing. Come on. You said you cut your foot. You said you cut your hand. And that much blood? Hmm, it's not adding up, buddy. Er will's aber auch nicht sagen, der kleine Penner. Busted Ledge? Ach, guck mal, da ist auch was kaputt. Ach, komm, ey. Du wirst doch voll unter Druck gesetzt von irgendjemandem. Warum ist er dann ins Window reingeklettert? Warum ist er dann ins Window reingeklettert? Huh? Warum did you climb in through the window? You said it yourself. The lock's been rotten for weeks. Pff. Fuckin' hell. Just what are you on about, mate? After the state I was in, I didn't have me head. That's all it was. I forgot the fucking handle was fucking busted. And I'll tell you what else. It's embarrassing. You're bringing all this shit up, all right? So quit it with a third degree and all that. Bigby. Come on. I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon. Just me and me, son. And you've taken up enough of a day with all this. They're sniffing around it with private belongings. I'm sorry, I'm cool. Really, I am. But will you please, please, just bugger off? Not yet. Not yet. No one fought anyone, Bigby. There wasn't any scrap. So when? When are you gonna leave? That's a little sour. I mean, I feel like I'm on trial here. In my own bloody home. When? When you start telling me the truth, Toad? Well, I've told you the truth, mate. Jesus Christ, what more do you want? You lied, Toad. Sweetened Toad. Hmm, come here, we'll tell you now. Oh. Bigby, is this really necessary? Ja. Versteckt was? Is it hurt? He's hiding something. Either something he knows or something he's kept, but I won't play any more games with him. Dad? Oh my God. Take off your hat. Pigby, you didn't... He didn't. It was that butcherer, a tweedle, Dhammo Dee. You gotta strip him down to their johnnies before you can tell which is which. He came bulging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had, I don't know. He tore up the place. Beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. You know where the tweedle went? No, he didn't happen to mention his nightly plans while he was busy braining me. Sorry. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if would have this ever got back to him, if he ever thought you knew, well, Miss White, he'd come back and kill my boy. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Uh, sometimes... Borrows. I don't steal nothing. Turn around here, would astonish you, mate. I merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. Alright. Fetch him the fur. Fine bit of dress it is. Donkeyskin? Was steht da dran? It's an envelope. Fuckin' hell, of course there is. For my luck, it's a map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. Do you want to try and give it to him, or...? Keep it, it belongs to Lawrence. Open it. Don't make it a dilemma. Ah, yeah. Wir müssen's wissen. I'm sorry, Faith. What could she have been sorry for? I don't know. Maybe Lawrence does. Huh. Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out. But I'm afraid of dripping any more blood in the place. Tja. It was very nice talking to you, TJ. Thanks. Uh, see ya. Oh. Der kleine Süße. Frosch. Mensch, er hat unter Druck gesetzt, ey. der armen Frösche. Toads. Oh man, ey. Hoffentlich. Our only lead, really. When you put it that way. Na dann. Ab. Zu. Lawrence. Apartment. South Bronx. Early morning. Only in the morning. So let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. Let's so call... Yeah. Magic Mir showed me this apartment, I think I saw a knife inside, covered in what looked like blood. I wasn't expecting that. Yeah. Well, like I said, let's not overcomplicate things. You can question him while I look around for it. And if he object. We are here on official Fable Town business. And you can be persuasive if necessary. Or you can. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, in die gute Stube. Quack. Quack. So, jetzt hier nicht gegen den Briefkasten laufen, sondern rein da. Nummer 72. Achso. Ähm. Hallo? Erstmal gucken. Das ist deine Tür. Oh, die ist offen. Loll. Don't just peep into someone's house. Check it is home. Äh, war der tot? Hier stinkt's scheinbar. Ziemlich eklig. Oh. Hm. Prinz Lawrence sieht tot aus. Länger tot aus. Stay with me, man. Hey, hey. Stay with me, Lawrence. Gonna be alright. No. Let me go. Der lebt sogar noch. What is it, that you're telling us? Bigby, water. Wasser? Kitchen. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist hier die Kitchen? Wo ist das Kitchen? Da ist Kitchen. So, jetzt hier. Zack. Hol'n, Wasser. Hol'n, Wasser. Was steht da? Pay the rent next week. Pizza in the fridge. Please don't look for me. Aha. Keine Ahnung. Irgendwas komisches. Also so Märchenfiguren scheinen ja eine Menge auszuhalten. What happened? Wow. Scheiße. Ha. Uncool. Hast du das noch immer noch? Es sind nur zwei Worte. Aber er stirbt, ohne sie zu sehen. Entschuldigung. Wir müssen hier herausfinden, was hier passiert ist. Und finden, wer das gemacht hat. Noch ein Brief. So. Erstmal das Messer angucken. Es ist scharf. Es gibt Blut auf dem Blatt. Ist das das gleiche Knopf, was du im Schiffen gesehen hast? Ja. Ich weiß nicht, warum es hier ist. Ich verstehe einfach nicht. Warum würde jemand ihn töten? Tja, das würde mich auch mal interessieren, warum das jemand wollen würde. Kann man vielleicht noch was an ihm erkennen? Alter. Ist aus wie so ein... Steht gleich bei Walking Dead. Wird er wieder aufstehen? Eine Pistole auch noch? Was ist das? Diese Pistole wurde nicht vorhin gestern. Vielleicht ein Wochenende. Oder mehr. Nehmen wir sie mit. Sie werden auf der Grip und der Trigger. Okay. Haben wir eine Pistole. Und was haben wir hier? Das ist doch eine Patronenhülse oder sowas, ne? Das ist der Kaliber des Schusses auf dem Boden. Vielleicht so der letzte Schuss oder sowas. Vielleicht wollte der auch Selbstmord begehen. Wer hat der Selbstmord begangen? Der hatte Pillen. Huh. Was sind sie? Preskription-Sleeping-Pillen. Vielleicht wollte er wirklich Selbstmord gehen mit... Schlaftabletten, dem Messer, einer Pistole, einer einzelnen Kugel. Das hilft nicht wirklich. Oh, mein Gott, ey. Snow White, jetzt reck dich mal hier ab. So, jetzt glaub ich nix. Okay. Geh mal wieder zurück. Das sieht mir sehr nach Selbstmord aus, wenn ihr mich fragt. Aha. Ein... Schussloch. ... 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, gucken wir nochmal Lawrence an. Ob hier irgendwie was mit dem Kopf zu tun hat oder so. Ach, können wir gar nicht. Ha. Ich dachte, nochmal irgendwas hier so wegen dem Schuss oder so, was den Abkommen hat. Keine Ahnung. So, was ist halt hier? Blut. Untersuchen. Vielleicht Faith. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Touch it. Wie frisch? Still a little sticky. Hm, also noch relativ frisch. Relativ. Das sieht aber auch irgendwie kaputt aus. Da ist doch... Oh mein Gott, das ist da. Da ist bestimmt der Körper drin, der Rest. Von Faith. Von Faith. Von Faith. Von Faith. Von Faith.